Schaumstoffmatratzen bieten eine herausragende Ergonomie und ein besonders angenehmes Schlafgefühl. Zudem sind sie meistens günstiger und auch pflegeleichter als Boxspring- oder Taschenfederkernmatratzen, die auch durch gute Ergonomie-Eigenschaften überzeugen können. Für viele sind deshalb Schaumstoffmatratzen die richtige Wahl. In diesem Video wollen wir uns die drei besten Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen anschauen. Alles damit du ein passendes Modell für dich und deine Ansprüche finden kannst. Über die Links in der Videobeschreibung kannst du dir nach dem Video dann noch genauere Infos zu den einzelnen Matratzen anschauen, die Modelle untereinander vergleichen und auch deinen Favoriten zu dir nach Hause bestellen. Starten wir aber jetzt mit dem eigentlichen Video und dem unserer Meinung nach besten Modell der Einsteigerklasse. Vorstellen wollen wir dir hier die Ortho Matra vom Hersteller Betten ABC. Die Ortho Matra ist eine beliebte Einsteiger-Kaltschaummatratze, welche mit einem sehr simplen Aufbau kommt. Sie besteht nämlich aus einem Stück, welches eine 7-Zonen-Körper-Ergonomie-Einteilung besitzt. Dank dieser Druckentlastung liegt der Körper weicher auf und einzelne Körperteile werden weniger stark belastet. Die Basis besteht aus hochwertigem PU-Kaltschaum, welcher wie gesagt für die optimale Druckentlastung sorgt und auch in verschiedenen Härtegraden verfügbar ist. H2, H3 und H4, also mittelfest und sehr fest, um sich hier ein passendes Modell für die eigene Körpergröße und Vorlieben auszusuchen. Beim Bezug handelt es sich um einen sehr hochwertigen, allergikerfreundlichen und bequemen Ökotex-Anti-Allergie-Bezug, welcher für eine starke Atmungsaktivität und ein bequemes Schlafgefühl sorgt. Er ist natürlich auch abnehmen und waschbar. Bis zu 60 Grad kann dieser Doppelbezug in der Waschmaschine gereinigt werden. Für viele, viele Kunden ist die Ortho Matra von Betten ABC die erste Wahl, was einfach an ihrem, wie gesagt, sehr simplen Aufbau und dem vor allem sehr günstigen Preis liegt. Also ein Modell, welches durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen kann. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kannst du dir jetzt gerne noch ein weiteres Bild zu dieser Matratze machen und dieses Modell dort natürlich auch direkt bestellen. Bleib ansonsten aber auch gerne noch dran, denn zwei weitere Modelle möchten wir dir noch vorstellen. Vor allem das Modell der dritten Preis- und Leistungsklasse können wir absolut empfehlen. Machen wir nun aber erstmal mit dem der zweiten Preisklasse weiter und das ist ein ganz besonderes Modell. Es handelt sich um die Bett 1 vom Hersteller Bodyguard. Es ist eine Wendematratze, welche mit einem etwas härteren und einem mittelfesteren Teil kommt. Bedeutet, man kann sie stets wenden und so immer den passenden Härtegrad für die aktuellen Bedürfnisse erhalten. Auch diese Matratze überzeugt durch eine herausragende Verarbeitung und auch starke Ergonomie. Denn sowohl die mittelfeste als auch die feste Seite sind in die sieben Körperzonen eingeteilt, was eine optimale Unterstützung des Körpers in jeder Liegeposition ermöglicht. Auch beim Bezug handelt es sich um einen sehr hochwertigen, allergikerfreundlichen und nach den strengsten Standards geprüften Bezug, welcher auch einfach abnehmbar und waschbar ist. Bei dieser testiger Matratze handelt es sich um einen der absoluten Bestseller auf dem Markt. Über vier Millionen Mal wurde allein die Bett 1 von Bodyguard verkauft, damit eine der beliebtesten Wende- und auch Kaltschaummatratzen auf dem Markt. Mit ihrer Höhe von 20 cm besitzt sie auch unserer Meinung nach eine gute Größe und hat durch das Wende-Design eine einzigartige Eigenschaft, durch die nicht viele Kaltschaummatratzen aufwarten können. Wenn ihr auf der Suche nach genau so einem Modell von Bodyguard wart, dann schaut jetzt gerne mal über den zweiten Link in der Beschreibung für alles weitere vorbei. Und bleibt jetzt auch gerne noch dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch unseren absoluten Favoriten und auch das hochwertigste Modell im Vergleich vorstellen. Es handelt sich um die Emma Original, eine Kaltschaummatratze, welche vor allem durch ihren multidimensionalen Aufbau überzeugt. Die Drei-Zonen-Matratze besteht aus einem HRX-Stützschaum an der Unterseite, welcher für eine gute Festigkeit und auch Körperzonen-Ergonomie sorgt und auch zwei Schaumschichten noch einmal über diesem Stützschaum. Direkt über dem Stützschaum befindet sich die Memory-Schaumschicht, welche hervorragend stützt, den Druck noch einmal mehr verteilt und die Wirbelsäule beim Schlafen in einer geraden Linie hält. Über diesen beiden Schichten ist dann die Air-Go-Cell-Schaumtechnologie. Dieser sorgt noch einmal für eine extrem gute Formanpassung der Matratze an jeden Körper. Der Härtegrad dieser Matratze beträgt H2, also mittelweich, wodurch man in Kombination mit der Ganzkörperunterstützung bzw. der Sieben-Zonen-Ergonomie und dem mehrschichtigen Aufbau wie auf Wolken schläft. Durch den extra hohen Aufbau von 25 cm hat man hier ein Liegegefühl wie auf einem Boxspringbett. Auch der Bezug kann natürlich durch seine klimaregulierenden und feuchtigkeitsabgebenden Eigenschaften überzeugen. Er ist mit einem praktischen Reißverschluss ausgestattet, welcher für ein einfaches Abnehmen und eine Maschinenwäsche bei 40 Grad sorgt. Auch der Hersteller Emma gibt beim Kauf dieser Matratze eine 100 Nächte Probeschlafgarantie. So selbstbewusst sind sie, dass dir die Emma Original gefallen wird und du sie nach 100 Tagen nicht zurückgeben möchtest. Aber falls doch, kannst du das hier wie gesagt tun. Der Kauf dieser Emma Original bleibt also komplett risikolos. Über den dritten Link in der Videobeschreibung kannst du dir alle weiteren Infos zu dieser Premium-Schaumstoffmatratze durchlesen oder das Modell auch in einer von neun verschiedenen Größenvarianten bestellen. Der Kaufstecher wird jetzt in der Videobeschreibung vertrend. Qualität ist mit einer von Neunrufe, die wir in der Videobeschreibung vertrendet haben.